Hallöchen ihr Lieben Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time damit zuletzt äh was willst äh was willst äh hallo was willst du denn stirb oder stirb haben wir jetzt nicht so ganz okay äh nachdem wir in der letzten Aufnahme ja doch unsere Sidequests vorangetrieben haben und dadurch das Biggerunschwert bekommen haben wollen wir uns heute dann endlich wagen in den Wassertempel ich bin total begeistert aber ihr wundert euch bestimmt warum wir hier oben anfangen und nicht wie zuletzt dort unten das liegt einfach an der Tatsache dass wir hier noch was vergessen haben denn wir haben hier eine Pflanze mit der wir da rauf können und dann hätte ich glaube ich abspringen sollen na gut dann machen wir zu Beginn der Folge erstmal einen kleinen Ausflug über den Julia sie hätten da gerade angeln können dann fliegen wir da entlang und zwischen ist es dunkel hier waren wir auch schon ja dann fliegen wir hier unten durch und da entlang und hier entlang und das beide mal auf nochmal und jetzt genau darauf sehr schön jetzt sind wir hier oben und können uns ganz bequem und uns dann ein herzcontainer holen beziehungsweise ein herzteil ist es ja und wir brauchen noch ein einziges dann haben wir einen weiteren container Aua blöder Vogel kurze Variante einmal jumpen Aua das muss wehtun gut Leute jetzt geht es dann aber wirklich Richtung Wassertempel Freude ist anders ich sage es so Freude ist ganz ganz anders alle die Ocarina of Time schon mal selber gespielt haben wissen der Wassertempel ist nicht gerade der einfachste aber da müssen wir durch da müssen wir durch so einmal unsere schönen Schuhe angezogen dann da runter und dann weiß es für uns auf uns wasser Vergnügen Let's go Mia Moore der Wassertempel wir schauen uns gleich mal das Prinzip des Wassertempels an malo das Spiel möchte heute nicht so ganz wie ich das möchte aber wir kriegen das alles hin so wir haben da drüben diese Ankerpunkte die wir aber auch so erreichen können geh da hoch geh da hoch ist das dein Ernst ist das dein blöder Ernst geh da hoch wow lass mich in Ruhe danke also wir haben da drüben oh jetzt sind diese Ankerpunkte von denen wir die wir hier gerade nicht erreichen können weil doch so gut dieses Ding hier ist ein einziger großer Lift das Ding müssen wir hoch und runter fahren indem wir die Wasserstelle ändern da drüben ist ganz provokant die Tür zum Boss da drüben geht es zum Schluss hin aber das bringt uns aktuell nichts denn wir haben licht so mit wir überhaupt rüber kommen können denn das ist der Gegenstand den wir hier bekommen werden die den längeren Enterhaken wir müssen uns also Stück für Stück erstmal suchen wo wir hier landen können zum Beispiel haben wir hier einen Weg und dafür müssen wir dann immer das ist der Weg aus dem wir kommen sind das müsste ein anderer Weg sein müssen wir immer wieder her und her zwischen zwischen den Eisenstiefeln und den normalen Stiefeln und das ist der Weg das ist der Weg das ist der Weg das ist der Weg sein wir werden später noch mal wieder kommen und dann hoffentlich an dieser stelle weiter kommen aber ach ja tippe ein ist ja auch noch ein freund finden wir hier drin den ihr alle kennen werdet aber gut für uns geht es jetzt mal hier dank wir hier können unter wasser übrigens unterschwert nicht benutzen das haben wir nur den enttagen mit dem wir sowas kaputt machen können zwar glaubt ich links ein schatten kann das an hallo achso ja gut die dinge gibt es ja auch link aua 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 ok ok ich hasse euch das war nicht nett das kam überraschend einmal da hoch und dann können wir wieder die schuhe wechseln und nach oben schwimmen eine truhe ok eine truhe aber wenn kommt da wenn kommt dann nicht hoch kann es sein wie soll wir da sonst hochkommen anders geht es ja gar nicht bringt sie mal eine schüche wieder an und dann gucken wir uns mal da oben da können wir uns gerne ran ach so ich verstehe ich verstehe ich verstehe aber von hier kommen wir da ran mal gucken das war ja aua das war das war ja super ok also noch mal enttagen dahin und dann wir uns um link und versuchen war der funktioniert der funktioniert nicht also muss es der sein mit dem land nach oben sehr schön ok wir haben unseren ersten raum getreten leute hey es geht voran irgendwie das ding aktiviert und dann bekommen wir unsere erste truhe du mich auch spiel du mich auch das ist ein sehr knappes zeitfenster aber wir haben es ok ich denke mal die karte würde es sein es ist der kompass toll der kompass aber keine karte wunderbar na gut link einmal abtauchen bitte gut kompass haben wir gefunden jetzt heißt es nur noch die karte finden damit wir dann gute orientierung habe ich würde sagen wir gehen mal nach ganz unten wir arbeiten uns zwar sowieso blöd von mir jetzt gerade dass ich hier gleich reingegangen bin denn theoretisch sollte man das eigentlich stockwerk für stockwerk machen aber gut kann man jetzt nichts mehr ändern wir gehen jetzt einfach hier lang und wer denn unseren hier kann man eine bombe legen kann ich ach nee link kann ja sicherlich keine bomben hier unten im wasser legen das wäre sehr merkwürdig ok kann link hier geht es ja auch nicht ok dafür muss das wasser einmal nach ganz unten und dann können wir hier auch was auslösen da können wir nichts machen wääh wääh geht weg hier können wir noch lang wiii hallo hallo einmal nach oben bitte link ernsthaft ok da können wir rüber aber sicherlich nicht von hier unten wasser tempel hast link bist du bist du bereit für den enttagen danke aber das wird doch das könnte das funktioniert sogar wiii aber doch gut hier können wir ihn jetzt auslösen denn wir haben keinen keinen verdammten schlüssel ok 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 wir gehen jetzt erstmal nach ganz oben nochmal Stück für Stück den ganzen Mistchen machen ich bin froh wenn wir hier einfach durch sind ich bin so froh da waren augen 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 link danke so also kuffen ja ja du lass mich hin rum kumpel hier ist kein weg hier sind bald keine wege dann müssen wir doch einen runter wie es aussieht und zwar hierauf wechseln wir die Schuhe das wird ein lustiges Spiel das ist ganz schön nervig wenn man andauernd um diese blöden Schuhe wechseln muss es gibt ja irgendwie keinen Shortcut dafür äh darüber wird es auch nichts blöder Link ok Schuhe wechseln so ein blöder Abgrund die Schuhe wechseln äh und Schuhe wechseln nein Link das ist dein Ernst Kumpel äh Leute das kann hier ganz schön nervig werden also wir schaffen das wir müssen wir schaffen denn das ist Teil des Spiels da rüben kommen wir auch nicht lang da haben wir schon glaube ich wenn das der Weg ist wo wir waren hier können wir noch Feuer machen au wo nehmen wir Feuer her dann äh würde ich sagen achso wir sind da sowieso unterwachsen außer aaaaaaah das geht ja schon gut los hier ich weiß schon nicht wo es lang geht verdammt da wo link das gefährlich da 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 hier drüben war mir schon das ist der Weg ja ja das ist der Weg den hatten wir schon verdammt 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 jetzt sollten wir doch mal hier gehts noch lang link bitte nicht an der link ist so träge unter Wasser es geht gar nicht ok was haben wir hier wa was zur Hölle Prinzessin Ruto oh wenn ich mich recht entsinne Pui du bist Pui oder ich bin es Ruto deine Braut die Prinzessin der Zoras wow das kommt überraschend ich werde nie vergessen was wir uns vor Jahren geschworen haben es war grauenvoll von dir mich sieben Jahre lang warten zu lassen doch jetzt jetzt nimm mich hier hart und willig unter Wasser äh jetzt ist nicht die Zeit über Liebe zu sprechen es ist einfach furchtbarisch geschehen Zoras Reich ist eingefroren alles ist über und über mit Eis bedeckt ein junger Mann Labenschik hat mich aus dem Eis gerettet aber die anderen Zoras wurden noch nicht ich will sie retten alle ich will Zoras Reich retten du musst mir helfen du musst es für mich tun für die Frau die du heiraten wirst Pui hilft mir das bösartige Ungeheuer zu vernichten das in diesem Tempel lauert willst du was tun im Wassertempel gibt es drei Stellen an denen du Wasserstand den Wasserstand verändern kannst ich zeige dir den Weg folge mir und beeile dich die hat ganz schön Bubis bekommen ich meine die ist ganz schön groß geworden ok ich glaube wir sollen einfach nach oben und hier können wir den Wasserstand endlich ändern und kam dann hoffentlich voran also mal gucken vielleicht wird es ja jetzt hier ist ein Riss aha so hier oben angelangt können wir endlich an dem Ding den Wasserstand ändern aber wir sollen wahrscheinlich erst mal hier rein wow ach du Schöne die Dinger aua aieieieie das war nicht gut link ah nein ach Link nein was zum aua Hilfe nein ach 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 so kann man die vernichten ú ieieieieieie dern ach ach es ist dein Ernst thou komisches browser Payones � ach ach олов danke war das so schwer und für uns gibt es jetzt wahrscheinlich die karte immerhin orientierung wir kommen oder versuche das zu benutzen die karte ja sehr schön okay was haben wir hier noch das ist nichts mit dem baum belegen aber okay das ist einfach gar nichts ist hier noch irgendwas okay lieber offenbar sicher gehen und jetzt können wir hier den wasserstand ändern indem wir ganz geschickt zeldas wie gern mit spielen